Liebe Zuschauer, bei uns geht es jetzt weiter mit dem Thema Sport und Freizeit. Zwei Dinge, die für viele unserer Zuschauer eigentlich schon fast unzertrennlich miteinander verbunden sind. Aber ich sage mal, je älter man wird, desto schwieriger tut man sich natürlich, allein schon aus körperlichen Gründen, dann auch mal wieder laufen zu gehen oder Tennis zu spielen oder all so Geschichten zu machen, die natürlich auf die Knochen und auf die Gelenke gehen. Trotzdem möchten Sie natürlich einfach ein bisschen fitter werden oder vielleicht auch mal ein paar Kilo verlieren oder ganz einfach zwischendurch ein wenig Entspannung finden. Vibrationstraining ist da genau das richtige Stichwort. Unsere Kunden sind mega begeistert davon. Grundsätzlich liegt man in fast jeder Fachzeitschrift vom Vibrationstraining. Und eine Spezialistin ihres Fachs steht hier gerade neben mir. Die Kathi ist nämlich bei uns, Kathi. Du machst selber Vibrationstraining seit geraumer Zeit. Was macht für dich den Reiz aus und was ist das eigentlich? Vibrationstraining ist halt so schön, weil man innerhalb von kürzester Zeit ein sehr, sehr schönes Training hat, das den gesamten Körper anspricht. Man kann mit einem kleinen Aufwand wirklich einen sehr, sehr großen Erfolg erzielen. Ja. Und ich spreche hier von zehn Minuten Training pro Tag. Zehn Minuten? Zehn Minuten pro Tag. Ja. Und hier sehen wir schon unser erstes Vibrationstrainer-Modell. Wir haben heute in der Sendung drei Modelle, die wir gerne zeigen möchten. Ja. Das ist unser erstes Modell. Das ist auch momentan lieferbar. Das ist hier eine absolute Besonderheit, weil diese Vibrationstrainer, du hast es gerade schon eingangs gesagt, die sind gerade unglaublich nachgefragt. Deshalb, das Modell ist momentan lieferbar. Wenn Sie da jetzt zugreifen, auch innerhalb von zwei bis drei Tagen bei Ihnen zu Hause. Vibrationstraining zehn Minuten pro Tag reichten völlig aus. Wie kann denn so was sein, Kathi? Man sagt doch immer, zehn Minuten brauche ich normalerweise schon bei anderen Sportarten, um mich einigermaßen warm zu machen. Aber dann habe ich mit dem richtigen Sportner gar nicht angefangen. Warum reichen hier zehn Minuten aus? Was macht diese Geschichte so unglaublich effektiv? Vibrationstraining wirkt auf die Muskulatur, wirkt auch auf die Tiefenmuskulatur des Körpers. Und das ist das Spannende hier. Beim Vibrationstraining gibt es immer eine Vibrationsplatte. Und diese Vibrationsplatte wird in Schwingung versetzt. Bei diesem Gerät jetzt zwei unterschiedliche Arten von Schwingungen. Wir haben hier einmal eine Vibration. Die kann man mit dem bloßen Auge kaum erkennen. Die kann man in 15 Stufen steuern. Wenn ich jetzt mal so eine Flasche drauf stelle, wird die sichtbar. Dann sieht das so ein bisschen aus, als ob das Wasser innerhalb der Flasche quasi kochen würde. Das ist ganz, ganz spannend. Sie sehen das, was da mit dem Wasser passiert. Also das vibriert ganz, ganz ordentlich. Also eine Vibration hier innerhalb der Platte, die ganz stark auf die kleinen Muskeln auch. Auf die ganz, ganz kleinen Muskeln im Körper. Ich will keine Hand in der Welt erwischen. Genau. Die auf die ganz, ganz kleinen Muskeln auch im Körper wirkt. Wenn ich das jetzt mal ausmache, sehen Sie, dann ist es wieder ruhig. Und dann auch. Wir sehen gerade eine Grafik eingeblendet. Auch das ganz spannend mal zu sehen. Das Vibrationstraining wirkt auf den gesamten Körper. Und zwar Vitalität beginnt halt wirklich im Kopf. Vibrationstraining steigert die gesamte Vitalität des Körpers. Die Durchblutung des Körpers. Die Muskeln werden gestärkt. Das Skelett wird gestärkt. Nerven werden gestärkt. Die Knochen werden gestärkt. Gelenke werden geschont. Das hast du eingangs auch angesprochen, Carsten. Also Gelenke werden geschont. Der gesamte Bewegungsapparat wird dann dementsprechend hier gestärkt. Und das mit 10 Minuten Take. Das ist ja wirklich irre. Wobei das nur die eine Vibrationsebene war. Die zweite Ebene ist die horizontale. Das kennt man. Das ist diese leichte Kippelbewegung. Das ist eine Kippelbewegung in der Platte selber. Also hier so eine Wippelbewegung, die das Wasser natürlich viel, viel stärker in Schwingung versetzt. Und ich kann jetzt beide Vibrationen hier mal kombinieren. Da geht es richtig ab. Schau dir das mal an, was dann mit unserem Wasser hier passiert. Wenn ich das mal kombiniere, dann habe ich natürlich diese Wippelbewegung und diese Vibration gleichzeitig hier in der Flasche. Unsere Muskulatur gleicht das aus, diese Bewegung des Vibrationstrainers. Und das ist das, was jetzt richtig spannend wird, ist ein biomechanisches Prinzip. Das heißt, unser Körper, unsere Muskulatur im Körper reagiert automatisch auf diese Vibration der Platte. Das ist quasi ein indirektes Training. Anders als das, was Sie in einem Fitnessstudio zum Beispiel machen. Da müssen Sie ja aktiv die Gewichte stemmen. Immer wieder, oh und oh. Nein, hier beim Vibrationstrainer stellen Sie sich einfach nur drauf und der Körper, der denkt plötzlich, oh, da passiert irgendwas mit dem Boden. Und automatisch fängt das Gehirn an zu reagieren, Ihre Muskeln fangen an zu reagieren und fangen an, diese Vibration der Platte auszugleichen. Und das bis in die Tiefenmuskulatur hinein. Kann man das sagen, Katja? Sie stellen sich einfach nur drauf. Kann man das sagen, Katja? Ganz kurz, wie viele Muskeln wir erreichen können im Körper? Man erreicht mit einem Vibrationstrainer über 90 Prozent der Muskeln im Körper. Und das ist ganz, ganz spannend. Ja, man kann bis zu über 90 Prozent der Muskeln im Körper mit Vibrationstraining erreichen. Einfach drauf stellen. Wichtig ist immer, dass man, das ist jetzt die Grundposition, die Knie leicht gebeugt hält und dann eine kleine Spannung im Körper aufbaut. Das heißt immer so ein bisschen den Bauch reinmachen, das so ein bisschen festmachen. Popo hinten auch versuchen, so ein bisschen festzumachen, dass das hier wirklich so ein bisschen hart wird und die Knie leicht gebeugt. Und das war's schon. Mehr braucht man am Anfang gar nicht. Mehr muss ich gar nicht machen. Einfach nur drauf stellen, meine Körper, meine Muskulatur macht automatisch den ganzen Rest. Das spannt sich alles an im Körper. Die gesamte Muskulatur in den Beinen fängt an plötzlich zu arbeiten und zwar ordentlich. Ja, die denkt plötzlich, oh, die Muskulatur denkt ja, da passiert was mit dem Boden. Die denkt ja, das kennen Sie vielleicht auch von sich zu Hause, wenn Sie draußen mal spazieren waren, wenn Sie über einen unebenen Boden gehen, wenn Sie über den Kiesboden zum Beispiel laufen. Das ist ja auch uneben und da machen Sie sich ja keine Gedanken drüber, dass das jetzt uneben ist. Wenn da auch mal ein Stein auf dem Weg liegt oder ein Tannenzapfen, wenn Sie mal stolpern oder sowas. Da machen Sie sich ja keine Gedanken, dass Sie die Muskulatur im Körper anspannen müssen, sondern das passiert automatisch. Ihr Körper gleicht automatisch Unebenheiten im Boden aus. Auch wenn Sie stolpern, Sie fangen sich automatisch ab. Das passiert automatisch. Das ist so ein Reflex unseres Körpers. Da hat die Natur ganze Arbeit geleistet. Das ist so ein Reflexe unseres Körpers nutzen wir mit so einem Vibrationstrainer aus und trainieren somit hier den Körper. Und das ist fantastisch, weil es halt ein indirektes Training ist. Ich stelle mich einfach nur drauf, spanne meinen Körper ein kleines bisschen an und die Muskeln trainieren sich von alleine. Und das macht dieses Training halt so effektiv. Und deswegen reichen zehn Minuten am Tag völlig aus. Genau. Schauen Sie mal von Schritt zu Schritt über Kopfsteinpflaster. Ob man das als Sport bezeichnen mag, überlasse ich Ihnen. Aber natürlich bei diesen unterschiedlichen Frequenzstufen, die wir hier haben. Das wird ja hier optimiert, ne? Hier natürlich einstellbar auf Ihr ganz persönliches Fitnesslevel. Es gibt blutige Anfänger, es gibt Menschen, die schon viele Jahre in anderen Sportarten aktiv sind. Da kann man natürlich entsprechend hier Rücksicht drauf nehmen und seine Einstellungen wählen. 15 Frequenzstufen pro Vibrationsebene und über 90 Prozent der Muskulatur, die mit zehn Minuten täglich tatsächlich trainiert werden. Geht es darum, Kati, dass wir hier einen monströsen Oberarm aufbauen? Oder geht es jetzt um breite Schultern? Um was geht es jetzt hier im Einzelnen? Es geht einmal um die gesamte körperliche Fitness, um das körperliche Wohlbefinden und dann um die ganz eigenen Ziele, die man sich selber setzt natürlich auch. Ich kenne momentan natürlich Ihre Ziele zu Hause nicht, die müssen Sie sich selber setzen. Und da kann man mit einem Vibrationstrainer ganz unterschiedliche Ziele haben, ganz individuelle Ziele. Es gibt zum Beispiel das Ziel, einmal das Gewicht zu reduzieren zum Beispiel. Sagen, ich möchte einfach zwei, drei, vier, fünf Kilo abnehmen zum Beispiel. Und das geht dann mit regelmäßigen Vibrationstraining ganz wunderbar zum Beispiel. Da macht man das täglich zehn Minuten Vibrationstraining. Oder man sagt auch, man möchte einfach das Bindegewebe, die Haut ein bisschen straffen. Man möchte vielleicht ein bisschen definierter werden. Dann kann man das wunderbar machen. Es gibt ganz unterschiedliche Übungen für den Vibrationstrainer auch, also wirklich eine große Übungsvielfalt. Und man kann dann mit den unterschiedlichen Übungen dann das natürlich auch an seinen Leistungsniveau ein bisschen anpassen, an das gewünschte Ziel auch anpassen. Sie sehen gerade, die Diana im Video hat zum Beispiel dann auch hier schon leichte Kniebeugen gemacht zum Beispiel. Wenn Sie sich das dann zutrauen im Verlauf. Am Anfang einfach nur diese Grundübung, also dieses leichte Stehen machen. Im Verlauf können Sie dann mit weiteren Übungen loslegen, können ein bisschen probieren. Sie haben die Trainingsexpander im Lieferumfang mit dabei. Sie haben auch noch eine Fernbedienung im Lieferumfang mit dabei. Das ist ein ganz fantastisches Komplettpaket. Und dieser Vibrationstrainer ist jetzt lieferbar ganz wichtig. Da können Sie jetzt bestellen. Und das sollten Sie auch tun, liebe Zuschauer. Wenn man mehrmals schon ausverkauft, dann wir ordern schon bei unserem Premium-Zulieferer extra große Mengen. Und trotzdem kommen wir kaum dem Bestellvolumen hinterher. Ein fantastisches Angebot für 237 Euro und ein paar gequetschte Porto- und Versandkosten frei innerhalb der nächsten zwei bis drei Werktage. Bis direkt vor Ihrer Haustür geliefert, die NX1104 und die 569. Wir gehen auch hier schon wieder bei unseren Beständen auf eine begrenzte Stückzahl zu. Das zweite Gerät, was wir Ihnen vorstellen möchten, liebe Zuschauer, ist ein Gerät, was allein schon optisch definitiv etwas anderes zu bieten hat als das erste Gerät. Wobei das Grundprinzip der vibrierenden Platte auch hier vorherrscht. Nur natürlich habe ich jetzt hier über die Haltemöglichkeiten, über die Griffe und dergleichen und auch über die überschaubare Displaykonstruktion noch ganz andere Möglichkeiten. Das Gerät hast du selber zu Hause, Kathi? Das ist das Gerät, das ich selber zu Hause habe. Das ist schon ein sehr viel professionelleres Gerät. Solche Geräte haben Sie vielleicht auch schon mal bei den Physiotherapeuten gesehen oder in den Fitnessstudios. Da stehen ja jetzt auch immer mehr diese Vibrationstrainer dann auch, weil wir auch Physiotherapeuten setzen vermehrt ein. Zum Gleichgewichtstraining, aber auch Thema Knochenschwund zum Beispiel werden Vibrationstrainer ganz stark eingesetzt, weil man da sehr gute Erfolge erzielt hat in der Therapie. Das heißt, Sie können sich beim Training immer festhalten, einmal in den Haltegriffen haben wir hier, und das sehen wir jetzt hier auch sehr schön im unteren Bereich, die Pulsmesser mit verbaut. Das heißt, man kann sich festhalten, kann zwischendurch auch immer gerne, wenn man möchte, seinen Puls checken. Super. Und wir haben halt dieses sehr, sehr große übersichtliche Display, wo auch noch Lautsprecher mit verbaut sind. Ein bisschen Entertainment, ein bisschen Musik oder auch gerne mal ein Tablet oder ein Smartphone drauflegen und das Ganze dann auch mal in Stereo-Qualität vom Ton her genießen. Klinkekabel, was Sie brauchen, ist mit dabei. Und übrigens kann ich hier die ganzen Intensitätsstufen oder auch die ganzen Programme, die ich einstellen kann, sogar ohne Brille erkennen. Die sind schön großzügig gehalten und hier natürlich auch wieder eine zusätzliche ordentliche Fläche, wo ich eine übersichtliche Belegung, Knopfbelegung habe, die ich also ganz einfach auch selber ohne nennenswerte Bedienungsanleitung machen kann. Das sind auch vorgefertigte Programme. Hier sehe ich. Genau. Also hier die Lautsprecher für Sie. Dann haben wir hier voreingestellte Programme, wo man schöne Übungen machen kann, wo dann auch die Intensität des Gerätes sich immer so ein bisschen anpasst, Das ist so ein bisschen variiert auch innerhalb der vorgegebenen Zeit des Programmes dann. Die Zeit selber sehe ich immer hier oben in dem Feld. Die sind immer auf zehn Minuten voreingestellt. Auf zehn Minuten voreingestellt läuft dann immer rückwärts ab. Da kann ich auch in dem Feld, wenn ich umschalte, dann den Puls abmessen. Wenn ich die Pulsmesser umfasst halte, sehe ich hier die Geschwindigkeit. Bei dem Gerät habe ich 50 Vibrationsstufen. Ah, bei dem ersten 15, bei dem 50. Das heißt, ich kann noch mal etwas feiner einstellen, wenn ich das möchte. Also hier 50 Vibrationsstufen, die ich einstellen kann. Und das macht halt unglaublich viel Spaß, das Ganze. Zusätzlich habe ich hier natürlich noch ein bisschen was an Extras, wie zum Beispiel hier diesen Getränkehalter im unteren Teil, wo ich auch mal eine Flasche mit Wasser oder anderem Getränk reinstellen kann. Ich habe auch hier wieder die Trainingsexpander im Lieferumfang mit dabei, wenn ich die nutzen möchte. Die Hältegriffe sind halt einmal ein ganz wichtiger Aspekt für die Sicherheit selber, wenn sie auf dem Gerät stehen. Sie sehen das allein beim Aufsteigen, man hält sich automatisch immer direkt an den Haltegriffen fest. Den Treppengeländer. Genau, man fasst immer automatisch an, wenn man dann auch aufsteigt. Aber auch im Verlauf des Trainings hat man hier durch die Haltegriffe halt mehr Möglichkeiten, weil man hier zum Beispiel durch die Haltegriffe eine größere Übungsvielfalt zum Beispiel hat. Und man kommt automatisch in die Grundposition, sehe ich gerade die Knie, also automatisch ein bisschen gefolgt. Aber man kann sich hier zum Beispiel jetzt auch mal in das Gerät selber so ein bisschen reinlehnen zum Beispiel. Das funktioniert hier. Oder auch mal Übungen auf einem Bein machen. Und das sehen wir jetzt hier sehr schön. Also auch mal toll Übungen auf einem Bein. Übungen dann natürlich auf Zehenspitzen, wo man sich sehr schön festhalten kann. Die sind hier möglich bei diesem Gerät, weil man halt die Haltegriffe mit dazu hat. Und da sehen Sie auch gerade, welche Übungsvielfalt mit einem Vibrationstrainer überhaupt möglich ist. Also da kann man wirklich den gesamten Körper perfekt trainieren. Das ist ganz, ganz spannend, was da mit so einem Vibrationstrainer möglich ist. Gerade mit so einem professionellen Gerät wie mit diesem hier. Und ich bin da total begeistert. Bei mir ist das Gerät zu Hause, wie gesagt, vorm Fernseher. Ich würde es jedem empfehlen, das einfach zu Hause vor den Fernseher zu stellen. Weil diese Geräte natürlich eine Sache sind, die sie in ihren Alltag integrieren sollen. Und ich habe auch extra nochmal so einen schönen Bericht mitgebracht, um zu zeigen, wie effektiv Vibrationstraining ist. Es gibt mittlerweile unzählige Studien auch zu. Und hier wird nochmal schön geschrieben, warum ist diese Trainingsform so effektiv? Weil hier halt die Tiefenmuskulatur angesprochen wird. Und da können halt dann wirklich viel mehr Muskelgruppen trainiert werden. Also das Prinzip von Vibrationstraining wirklich ganz effektiv. Und was wirklich sehr spannend in diesem Bericht ist, die Ziele von Vibrationstraining. Und da sind natürlich Sachen drin, wie gesagt, ich kenne Ihre persönlichen Ziele ja jetzt nicht. Die werden Sie jetzt wahrscheinlich selber haben oder sich dann auch jetzt setzen mit diesem Vibrationstrainer. Muskelaufbau ist ein Ziel, aber dann halt Körpergewicht, Fettanteil reduzieren. Zellulitis bekämpfen. Meine Damen, Zellulitis, Orangenhaut, das ist natürlich dementsprechend dann ein Ziel. Das kann man hier mit dem Vibrationstrainer sehr gut haben. Stärkung des Rückens, Leistungssteigerung, Bekämpfung von Muskel- und Knochenschwund. Wellnessfaktor, Schutz vor Krankheiten, Anregung des Stoffwechsels. Das sind alles Sachen, die hier in diesem Artikel aufgeführt worden sind, die wirklich ganz essenziell sind. Also ich kann es nur empfehlen, mit dem Vibrationstraining zu beginnen, weil es wirklich eine ganz effektive Sache ist. Und das hat natürlich Kollege Ralf Jansen erkannt. Ich sage das immer wieder gern dazu, weil ich es wirklich auch beeindruckend finde. Als er bei uns angefangen hat, war er definitiv noch um ein Vielfaches, wie sagt man so schön, korpulenter. Er hat im letzten Jahr etwas mehr als 30 Kilo runter reduziert, natürlich auch ein Stück weit an der Ernährung gefällt. Das ist klar, aber ihn hat wirklich der Ehrgeiz gepackt und es macht ihm richtig Spaß. Das Gerät steht also auch beim Ralf ungefähr drei Meter vorm Fernseher. Er ist super, weil er da natürlich auch mal ganz entspannt vom ersten Kaffee sagt er morgens, dann immer seine zehn Minuten machen kann. Und ich glaube, man sieht dem Mann an, dass er von Tag zu Tag immer jünger wird. Und genau das werden Sie auch hören, liebe Zuschauer. Siehst du gut aus? Warst du im Urlaub frisch verliebt vielleicht? Das sind die Sätze, die man hören möchte. Nicht, du brauchst mal Urlaub oder du siehst ein bisschen abgespannt aus. Und genau das erreichen Sie wahrscheinlich auch in kürzester Zeit mit dem Vibrationstrainer, so wie viele Hunderte vor Ihnen auch. Und das natürlich auch mit einem so professionellen Gerät wie diesem. Auch das lieferbar mit der NX 1107 und der 569 für 279,50 Euro. Bei dem dritten Gerät, liebe Zuschauer, müssen Sie ein bisschen länger warten, bis Sie es bekommen können. Aber da lohnt sich das Warten, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis hier bei diesem Vibrationstrainer absolut unschlagbar ist. 123,41 Euro sind Sie jetzt eingeblendet. Am 24.07 kommt eine Lieferung und das ist wirklich die übernächste Lieferung, aus der Sie beliefert werden können. Alle anderen Lieferungen sind schon komplett vorbestellt. Deshalb bitte bestellen Sie vor, wenn Sie dieses Gerät haben möchten. Wir haben hier bei diesem Gerät 99 Vibrationsstufen. Sie haben die Expander und die Fernbedienung im Lieferumfang mit dabei. Bitte vorbestellen. 123,41 Euro ist jetzt der TV-Sonderpreis für Sie. Und das ist natürlich ein Gerät, das hier vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sensationell einfach ist. Das muss man ganz klar sagen. Muss ich denn auf irgendwas verzichten, Kati? Ist das ein anderes Material oder sind da irgendwelche anderen Funktionen dabei? Das ist natürlich ein absoluter Fabelpreis. Und ich meine, in einer anderen Farbe habe ich den an anderer Stelle auch mal gesehen, beim Durchseppen mal irgendwann abends. Ich bin hängen geblieben, weil er mir bekannt vorkam. Aber da haben wir nicht über 123 Euro und ein paar Gequetschte gesprochen. Der lag bei 300 Euro, glaube ich, Pi mal Daumen. Ich glaube sogar mehr. Ich glaube 450 oder so. Oh, okay. Hätte ich mal zu Ende geguckt. Es ist exakt derselbe, würde ich sagen. Also deshalb hier bei uns zu greifen. 123,41 Euro, das ist der Endpreis. Das ist der TV-Sonderpreis, den Sie sich jetzt auch mit Ihrer Vorbestellung sichern, liebe Zuschauer. Inklusive Fernbedienung, inklusive Expander. Wenn Sie jetzt vorbestellen, haben Sie den TV-Sonderpreis gesichert. Am 24.07. sind Sie dann bei der Auslieferung mit dabei. Deshalb gleich vorbestellen, damit Sie dann das Gerät auch direkt aus dieser Auslieferung am 24.07. bekommen. Und das ist ein fantastisches Gerät. Schön groß auch von der Fläche her sehe ich. Gerade auch mal für große Männerfüße beispielsweise. Sehr interessant und vor allem rutschfest gemacht. Eine sehr große Vibrationsfläche. 99 Vibrationsstufen, die ich hier habe, die ich ausnutzen kann. Kann das hier am Display schalten. Habe auch die Timer-Funktion mit dabei, die ich auf 10, 15, auch mal auf 20 Minuten schalten kann dann im Verlauf. Je nachdem, wie ich ihn nutzen möchte. Kann das Ganze natürlich auch über die Fernbedienung dann dementsprechend schalten, wenn ich möchte. Und dann wirklich eine große Vibrationsfläche, die auch sehr schön gummiert ist. Auf Vibrationstrainer generell können Sie sich immer mit Sportschuhen draufstellen, wenn Sie möchten. Sie können dann aber natürlich auch im Verlauf auch mal barfuß ruhig draufgehen. Das ist überhaupt kein Problem. Also wie Sie möchten, wieder Grundposition. Hier circa schulterbreit draufstellen, die Knie leicht gebeugt und dann in leichte Spannung aufbauen. Immer Bauch leicht ranziehen. Und dann können Sie auch mal ein bisschen Spannung aufbauen. Und dann können Sie auch mal ein bisschen Pupo festmachen dementsprechend, dass Sie da ein bisschen Spannung haben. Sie können die Expander mitnehmen zum Training. Das machen viele Herren sehr, sehr gerne. Wenn Sie auch kleine Hanteln zu Hause haben, können Sie selbstverständlich auch mit den kleinen Hanteln mittrainieren, wenn Sie möchten. Das geht selbstverständlich auch. Und dann kann man im Verlauf auch, wie gesagt, das ist die Grundposition, kann man im Verlauf auch anfangen mit den Übungen zu variieren. Kann man versuchen zum Beispiel auch Kniebeugen zu machen, wenn Sie das mögen. Kann man auch mal versuchen auf die Zehenspitzen zu gehen auf dem Gerät. Oder auch gerne einfach mal so halten. Also zum Beispiel einfach mal so in die Hocke gehen und das Ganze so ein bisschen halten. Versuchen, wie lange man das auch halten kann zum Beispiel. Es geht dann natürlich hinten schön in den Poppes rein, in die Oberschenkel. Das sind so die Problemzonen. Die Damen, ja ich weiß. Das ist das, wo sich gerne hier dann mal ein bisschen was absetzt. Bei den Männern ist es eher vorne. Ich habe hier so ein bisschen Probleme. Aber testen Sie einfach mal. Schauen Sie, was Sie schaffen. Das ist das Schöne. Man hat das Gerät zu Hause. Man kann einfach immer wieder schauen, was macht mir Spaß. Es muss Ihnen Spaß machen. Das ist der Hauptfaktor. Es muss Ihnen Spaß machen. Schauen Sie dabei Fernsehen. Und schauen Sie, was Sie schaffen. Einfach nur stehen erstmal. Gucken Sie, dass es Ihnen dabei gut geht. Es muss einem immer gut gehen. Und dann einfach immer schauen, was macht Ihnen Spaß. Was schafft Ihr Körper auch. Das ist das Wichtigste. Ja, liebe Zuschauer. Schauen Sie mal. Jeder Tag ist auch mitunter ein bisschen anders. Manchmal ist man etwas besser drauf. Dann hat man mal einen Nachtgang etwas schlechter geschlafen bei hohen Temperaturen. Dann ist man ein bisschen müde, ein bisschen abgespannt am nächsten Tag. Das Schöne ist, Sie können natürlich bei diesem Gerät mit 99 Frequenzstufen auf jeden Tag ganz individuell reagieren. Sie können jede einzelne Trainingsform hervorragend Ihrem ganz persönlichen Fitnesslevel anpassen. Egal, ob Sie gerade erst wieder nach vielen Jahren einsteigen möchten oder ob Sie auch schon seit vielen Jahren bei anderen Sportarten unterwegs sind, spielt keine Rolle. Von jung bis alt gleichermaßen. Männlein wie Weiblein, die trainieren alle auf dem Vibrationstrainer. Weil natürlich alle heutzutage in einer unserer schnelllebigen Zeit kaum noch die Zeit finden, um überhaupt noch die 1,5-2 Stunden ins Fitnessstudio zu laufen oder andere Sportarten zu betreiben. Man hat einen Haushalt, man hat Freunde, man hat Familie und da bleibt nicht mehr allzu viel Zeit übrig. Hier brauchen Sie gerade mal zehn Minuten. Und egal, ob Sie Muskelaufbau betreiben möchten. Vielleicht auch als Ergänzung zu anderen Sportarten. Ob Sie einfach ein gewisses Grundkörpergefühl wieder erzielen möchten. Um vielleicht auch mal wieder die zwei Treppen hochlaufen zu können, ohne gleich aus der Puste zu kommen. Und natürlich auch dann, wenn Sie ganz einfach auch mal ein bisschen fitter werden möchten oder vielleicht auch ein paar Kilo verlieren möchten, ist das genau die richtige Trainingsmethode für Sie. Und hier natürlich mit einem Spitzenpreis-Leistungsverhältnis für 123,41 Euro ist dieser Vibrationstrainer zu bekommen. Nicht in der nächsten Lieferung, leider auch nicht in der übernächsten. Die sind alle schon vergriffen, die Modelle. Aber am 24.7. haben wir unsere Warteliste auch schon für Sie geöffnet. Das heißt, Sie können sich jetzt heute hier in diesem Moment den TV-Sonderpreis von 123,41 Euro sichern. Dann haben Sie ein paar Tage Geduld, genießen noch ein bisschen das schöne Wetter. Und am 24.7., wenn die Lieferung bei uns ankommt, wird umetikettiert und dann geht das gute Stück dann auch an Sie heraus. Kathi, das Gefühl auf einem Vibrationstrainer, ist das angenehm? Ist das kribbelig? Wie fühlt sich das an? Es ist fantastisch. Und ich möchte Ihnen noch was zeigen, was wirklich ganz, ganz wichtig ist. So ein kleines Fazit. Vibrationstraining eignet sich für jeden. Es ist für jeden perfekt geeignet. Man muss nur den ersten Schritt machen. Man muss damit anfangen. Zehn Minuten pro Tag, die Ihr Leben verändern werden. Ja, Sie schaffen sich ein ganz neues Körpergefühl. Deshalb jetzt ran ans Telefon, sich einen vorbestellen oder direkt nach Hause holen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, wirklich zuzugreifen mit zehn Minuten Training pro Tag. Schaffen Sie sich da ein ganz neues Körpergefühl. Wir fassen nochmal zusammen alle Geräte, die wir gesehen haben. Den ersten, der ist lieferbar 237,41 Euro. 15 Vibrationsstufen mit zwei Vibrationsarten. Ganz, ganz spannendes Gerät. Wird sehr gerne auch von den Herren bestellt. Hier klein und kompakt. Kann man gut auch zu Hause verstauen. Inklusive Trainingsexpander und der Fernbedienung. Versandkostenfrei kommt er zu Ihnen nach Hause mit der NX 1104 und der 569. Das ist wirklich ein sehr beliebtes Gerät. Da kam jetzt erst eine Lieferung rein. Die ist aber schon zum größten Teil wieder vergriffen. Da sind wir kurz vor der Begrenzung. Ja, kurz vor der Begrenzung. Deshalb da bitte schnell zugreifen. Also wirklich ein tolles Gerät. Macht unheimlich viel Spaß. Und hier wirklich auch sehr schick, klein und kompakt. Also wird sehr, sehr gern bestellt. Vor allem auch eine schöne flache Bauweise. Ähnlich wie das dritte Gerät auch. Das heißt, nach dem Training können Sie diese Trainingsgeräte gerne mal unter das Sofa, unter das Bett schieben. Dann sind die entsprechend aus dem Blickfeld verschwunden. Und das zu einem absoluten Spitzenpreis mit der NX 1104 und der 569. Lieferbar. Wir brauchen zwei bis drei Werktage mit unserem Partner DHL. Dann steht das gute Stück bei Ihnen vor der Tür. Sie suchen eine Steckdose und geben einfach mal Gas. Tasten Sie sich mal ran. Das ist das Gerät, was im Hause Steiner steht. Natürlich auffällig hier mit diesen tollen Griffen dran. Wir haben eine etwas breitere Übungsvielfalt, die wir hier anbieten können. Genau, mit den Haltegriffen eine größere Übungsvielfalt. Mehr Sicherheit natürlich auch durch die Haltegriffe. Pulsmesser mit verbaut. Sie haben hier die Trainingsexpander trotzdem im Lieferumfang mit dabei. Sie haben Lautsprecher in dem Gerät verbaut. Für 303,91 Euro. Ein Top-Profi-Gerät, das Sie hier nach Hause bekommen. Auch das Gerät ist sofort lieferbar. Deshalb da direkt in die Leitung gehen, wenn Sie sagen, Jupp, ich möchte ein Profi-Gerät. Dann das bestellen mit der NX 1107 und der 569. Es kommt auch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Da sind die Kollegen im Callcenter jetzt für Sie da. Auch hier 10-Minuten-Training reichen völlig aus. Oder Sie sagen, Sie möchten unser Preis-Leistungs-Wunder hier. 123,41 Euro. Da müssten Sie bitte vorbestellen. Am 24.07. kommt da die nächste Lieferung. Und wir haben hier das Komplettpaket für Sie. Also den Vibrationstrainer 99 Vibrationsstufen. Wir haben die Trainingsexpander selbstverständlich im Lieferumfang mit dabei. Wir haben für Sie die Fernbedienung im Lieferumfang mit dabei. Das Komplettpaket 123,41 Euro. Und Sie sichern sich mit Ihrer Vorbestellung jetzt auch diesen tollen TV-Sonderpreis. Jetzt in die Leitung gehen, dann sind Sie auf jeden Fall bei der Auslieferung am 24.07. mit dabei. Und haben sich den TV-Sonderpreis gesichert. Wenn Sie übrigens ein paar Sekunden am Telefon warten müssen, dann liegt es an diesem fantastischen Preis-Leistungs-Verhältnis speziell bei diesem Gerät. Die ersten beiden aber bitte auch sensationell. Und Modell Nummer 1 und Modell Nummer 2 gerade aktuell lieferbar. Modell Nummer 3 raucht noch ein bisschen. Der Hersteller kommt mit dem Produzieren schon kaum noch hinterher. Aber trotzdem kaufen wir natürlich die größten Mengen ein. Deswegen kriegen Sie das gute Stück auch hier bei uns zum absoluten Spitzenpreis für 123,41 Euro. Bitte noch ein paar Tage Geduld am 24.07. erwarten wir die nächste Lieferung. Die nächste und übernächste ist bereits vergriffen. Aber die übernächste werden Sie dann definitiv erreichen können. Und sobald es bei uns ankommt, geht es am gleichen Tag an Sie auch wieder raus. Die NX 72 56 und die 569. Kat, die zehn Minuten täglich. Ein tolles Gefühl. Ich kann damit Gewicht reduzieren. Ich kann die Muskeln aufbauen. Und ich kann mir auch ein bisschen die müden Beine ausschütteln lassen. Und das mit einem kleinen, kompakten Gerät. Tolle Trainingsform, oder? Ja, ich liebe Vibrationstraining. Und Sie werden es auch genießen. Deshalb jetzt in die Leitung gehen und direkt bestellen. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Vielen Dank.